Anlagenotstand, offene Immobilienfonds und Überlegungen zur Vermögenstrukturierung, das alles soll das Thema des heutigen Videos sein. Wir steigen zunächst mal ein und schauen uns eine Statistik des Deutschen Fondsverbandes an, BVI. Was Sie hier sehen können in der Spalte im Jahr 2019, das sind die Mittel zu, respektive Mittelabflüsse für verschiedene Kategorien von offenen Publikumsfonds. Wir sehen Abflüsse aus Aktienfonds, rund 560 Millionen. Anlegers Liebling, die Mischfonds mit Zuflüssen von rund 3,3 Milliarden. Aber was sehr interessant ist, meines Erachtens Sachwertefonds mit Zuflüssen von 8,2 Milliarden. Und Sie sehen von diesen 8,2 Milliarden entsprechend, das sind hier eben die offenen Immobilienfonds. Also das ist wirklich sehr interessant. Sie sehen es insgesamt im Kalenderjahr 2019 nach dieser Statistik Zuflüsse von 9,6 Milliarden Euro, davon 8,27 allein über offene Immobilienfonds. Woher kommt das? Ich glaube, die Begründung ist relativ einfach. Wir sehen, dass risikolose und defensive Vermögensklassen, wie beispielsweise Bundesanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, guter Bonität bei sehr niedrigen Renditen notieren, teilweise natürlich auch im negativen Bereich. Banken reagieren auf das aktuelle Zinsgefälle und die Einlagegebühren der Europäischen Zentralbank damit, dass sie Strafzinsen und Verwahrgebühren auf Kontoguthaben erhöhen oder einführen. Dementsprechend die Ausweichreaktionen sind da. Man sucht also Vermögensklassen, die irgendwie gefühlt eine Art von Zins bieten, wobei es vielleicht eher Risikoprämien sind, also Renditen und keine Zinsen. Und da ist man natürlich bei Vermögensklassen, die immer noch einen auskömmlichen Ertrag liefern, aber quasi nicht schwanken, gut aufgehoben. So scheinen zumindest die Mittelzuflüsse, die Argumentatorien hier zu bewegen. Wir sehen es auch nochmal schön dargestellt. Die Ratingagentur Scope hat eine schöne Auswertung gemacht. Sie können das hier sehr gut nachvollziehen. Sie sehen hier entsprechend in dunkelblau dargestellt, die Rendite einjähriger deutscher Bundesanleihen, also hier entsprechend im negativen Bereich, weil hier ist die Nulllinie. Wir sehen in orange dargestellt, die durchschnittliche Rendite offener Immobilienfonds für die großen Player in Deutschland. Insgesamt eine Peergrouper aus rund 14 offenen Immobilienfonds. Und in grau sehen Sie entsprechend eben diese Differenz. Und diese Differenz, die ist sehr interessant, die ist momentan sehr, sehr hoch. Und offensichtlich scheinen diese Mittelzuflüsse, die wir sehen, auch sehr stark mit dieser Differenz zusammenzuhängen. Also sprich, wenn es bei Bundesanleihen und Pfandbriefen eben nichts mehr gibt, dann scheinen die offenen Immobilienfonds deutlich attraktiver zu werden. Also im Anlagennotstand wird diese Anlageklasse mit Geld wirklich geflutet. Wir sehen, dass diese Anlagen tendenziell in den Factsheets, in den Informationen der Anbieter, auch teilweise nach der Logik des Gesetzgebers, als sehr defensiv eingestuft werden. Das wird festgemacht an der Schwankungsbreite. Dementsprechend auch hier mal das Ganze mitgebracht. Was Sie hier sehen in dunkelblau, dass ein Fonds, der im Rahmen der Finanzkrise in massive Probleme kam. Sie sehen auch einen massiven Wertverlust. Mittlerweile hier entsprechend auch die Abwicklung. Auf der anderen Seite sehen Sie einen Fonds, wo man über das Vertriebsnetz die Mittelzuflüsse gut steuern konnte. Dementsprechend eine Linie, die viele an ein Festgeld erinnert. Also auskömmliche Renditen bei nicht sichtbaren Schwankungen. Also etwas, was natürlich im heutigen Zinsumfeld sehr, sehr stark gesucht ist, was dementsprechend auch mit Mittelzuflüssen überschwemmt wird. Wie ordnet man Immobilien denn nun in die Vermögensstruktur ein? Grundsätzlich müssen wir natürlich unterscheiden zwischen den Vermögensklassen. Das sind Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Das sind die Träger von Renditen und Risiko. Die entscheiden über das Verhalten bei Inflation oder Deflation. Und dann gibt es Verpackungen, wie beispielsweise Investmentfonds, die über den rechtlichen und steuerrechtlichen Status oder auch den Eigentümerstatus letztendlich entscheiden. Ich habe Ihnen das Ganze hier mal mitgebracht in der ÜPOS Vermögensmatrix, wie wir das Ganze einteilen. Sie sehen, sehr simpel gemacht. Auf der einen Seite gibt es die Sachwerte, also die Aktien, Immobilien, Rohstoffe und Edelmetalle. Auf der anderen Seite die Geldwerte. Klar, Kontoguthaben, Anleihen und Ähnliches. Und dementsprechend, wenn wir das genau mal anschauen, dann stellen Sie sich schon fest, okay, vermietete Immobilien sind ja nichts anderes als das, was in offenen Immobilienfonds drin ist. Damit partizipieren Sie dementsprechend an der Miete. Sie partizipieren positiv wie negativ an Veräußerungserlösen. Also der Vorteil, ganz klar, Partizipation an wirtschaftlichen Erträgen und Wertsteigerungen. Aber nicht beliebig vermehrbar. Auch das natürlich positiv in der heutigen Zeit. Aber Problem, Preisrisiken und Schwankungen. Und der Verlauf ist nicht klar kalkulierbar. Dementsprechend, der Blick soll doch immer aus der persönlichen Vermögensperspektive sein. Und das habe ich Ihnen auch noch mal hier mitgebracht, dass Sie das entsprechend gut nachvollziehen können. Was wir jetzt hier gemeinsam sehen, ist letztendlich mal die Vermögensstruktur, die Vermögensbilanz von einem Kunden. Wie Sie hier sehen, die Vermögensstruktur sieht so aus. Wir haben insgesamt ein Vermögen von rund 1,2 Millionen Euro. Das verteilt sich auf ungefähr 550.000 liquide Anlagen, davon 136.000 in Aktien und 400.000 in offenen Immobilienfonds. Unten sehen wir noch die Eigennutz der Immobilie und die kapitalbildenden Versicherungen. Und die Frage des Kunden ist nun, ist der Anteil von offenen Immobilienfonds zu hoch? Also hier roundabout rund, Sie sehen es an der Gesamtstruktur, 33%. Und wenn wir uns das Ganze nur mal etwas genauer anschauen, vielleicht auch mal anders darstellen, dann ist es natürlich erstmal interessant zu sagen, naja gut, wenn wir mal auf das liquide Vermögen uns konzentrieren, dann sehen wir schon vom liquiden Vermögen, was hier nur 550.000 Euro ausmacht, sind eben die Immobilienfonds mit rund 73% doch ein sehr, sehr hoher Ansatzpunkt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema. Man sollte sich immer klar machen, diese offenen Immobilienfonds sind nicht täglich verfügbar. Es gibt Mindesthaltedauern von 24 Monaten, es gibt entsprechende Kündigungsfristen, all das im Kapitalanlagegesetzbuch geregelt, nach den schlechten Erfahrungen im Rahmen der Finanzkrise. Und dementsprechend wichtig, das Ganze aus verschiedenen Dimensionen hier für sein Vermögen zu betrachten. Anders dargestellt, vielleicht nochmal in der grafischen Darstellung hier entsprechend auch für Sie, wenn wir uns das Ganze anschauen, hier der offene Immobilienfonds, Sie können es schon sehen, das ist natürlich wirklich ein großer Block und da sieht man auch, das ist vielleicht etwas zu hoch und da spielt es keine Rolle, von welchem Anbieter das ist oder ob Sie vielleicht 4, 5 offene Immobilienfonds kombinieren. Am Ende des Tages, wenn Sie einen gleichen Anlageschwerpunkt haben, beispielsweise in Europa, dann ist die Risikostreuung natürlich relativ gering. Wenn Sie das Ganze noch auf die globale Perspektive ausdehnen, dann wird die Risikostreuung etwas besser, aber am Ende des Tages sind wir natürlich in der Anlageklasse Immobilien. Wir sehen, dass diese Anlageklasse mit Geld überschüttet wird, nicht nur was offene Immobilienfonds betrifft, auch bei geschlossenen Immobilienfonds, auch bei Immobilien-Spezialfonds, für institutionelle Anleger. Wir sehen den Anlagenotstand bei Versicherungen und Pensionskassen, der sicherlich auch dazu führt, dass es immer schwieriger wird, hier entsprechend Kapital unterzubringen. Dementsprechend bei offenen Immobilienfonds, wie bei anderen Kapitalanlagen auch, denken Sie eben an die dargestellte ÜPOS-Vermögensmatrix, Geldwerte, Sachwerte, ordnen Sie das dort ein, denken Sie immer auf die Gesamtperspektive Ihres Vermögens, rechnen Sie mal die eigennutzte Immobilie raus, schauen Sie sich dann die Prozentsätze an, überlegen Sie, was könnte schiefgehen, passt es zu meiner Liquiditätsplanung, was wäre denn, wenn Fonds mal wieder eingefroren werden, habe ich dann den Atem, und auch das Ganze auszuhalten. Also ähnlich wie am Aktienmarkt auch, haben Sie eine langfristige Perspektive. Offene Immobilienfonds können durchaus ein sinnvoller Baustein in einem diversifizierten Portfolio sein, aber wie jetzt hier dargestellt, 70 oder 80 Prozent des liquiden Vermögens sind vielleicht des Guten zu viel. Also auch hier macht am Ende des Tages die Dosis letztendlich das Gift. In diesem Sinne darf ich Ihnen eine schöne Zeit wünschen. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.